heilig in vorne willkommen zurück und es gewahrt mit spongebots der kosmisch shake finde das neue portal okay ja das ist natürlich da oben man sieht die blume dass das alles wieder so wird wie es war aber in dieser stadt heißt das nicht viel die blume bedeutet wo das ziel ist der hauptziel steht da links deine zwei besten freunde auf der welt werden dich retten und wir reisen ins neue portal monaka sponjka kein blablabla ein riesiger felsbrocken ist hinter uns da hinten sind wir glaube ich in sicherheit online der seite da uns und ja und unten sind wir jetzt schöne insel ein wenig die graben sie machen mich langsam mal die weg danke oh ja 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 ok ich habe auch die nächste neue fähigkeit gelernt doppelstatt verhalten halte ich glaube ich ok musik sind das ein wurm mit dem einkaufswagen also doppelstatt vertreten gut da reinnehmen sogar muss ich das machen weiß es nicht ich mache es einfach und besiegt hat mir das gefahrt gebracht ja parkour das ist schon mal nice ach nee nicht dieses teil nicht du schon wieder mal dich geh weg ab haben sie mich wenn ich ihnen steht draufstehen ja ja das kann ich sehen habt ja auch nicht gesehen auch ich sehe nicht mal fast mein Schatten mehr nicht mal Prozent okay ein Wunderhof haben wir gehabt auch mehr die Wecke dann Prozent und besiegt ja da unten ist ein Geuner befallen Männer weiß sogar wie wir den bekommen und zwar müssen wir hier drauf und dann haben wir da hier übergeleiten und geschafft ah 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 der Feuer das Feuer schießt uns äh ich möchte euch nicht besiegen ich möchte euch auch nicht besiegen aber die bestimmt jetzt ne äh ja bestimmt oh jetzt war das einfach und jetzt wird der Treffer so einfach nein 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 ich hänge da oh mein Gott oh okay da hoch na noch ein paar Punkte mitnehmen ah sehr gut ja ja weil ich kenne eine Errungenschaft da brauchen wir 10.000 Gelee Punkte eine mal schlimmer und ah nicht der ja ja und eine eine Unterhose noch da ist eine Unterhose schnell mach doch Mann ja Patrick danke mach doch eigentlich nein danke danke Patrick für die Unterhose ah ah noch einmal sehr gut ja ja haben wir das ja 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 da ist nix okay dann einmal weiter ach da ist der Theo schon ja 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 Ah, wir können auf den Rollfessen gleiten. Ah, okay, ich darf jetzt nicht auf den Rücken, sonst steige ich aus, das wäre natürlich dumm. Ja, 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 und, hoch mit dir, komm doch, ja, ich kann übrigens nicht springen, habe ich herausgefunden, aber hier muss ich, oh, 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 uh, 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 was passiert da? Ah, wow, 15 Stück. Ah, klappt schon mal super. Wo ist der Felsen? Geh weg. Ah, da ist er doch. Schnell. Nein. Nein. Ich glaube, den Sprung schaffe ich gar nicht, oder? Oder schaffe ich doch den Sprung? Nein, ich muss aber sterben. Das wäre jetzt dumm von mir. Das war richtig dumm von mir. Ah, die Bombe hätte mich vielleicht auf die Kuh wieder drauf machen können. Hat's gespeichert? Ja, gut. Wenn's gespeichert hat, das ist immer gut. Nein, 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 nein. Nein. Okay, okay, okay. Eine Brücke. Alles klar. Durch. Okay. 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 Sechs Stück noch. Wo sind eigentlich noch die anderen drei? Sind die hier? Ah, ja, ja. Die sind hier. Ich wollte schon sagen. Und die anderen zwei sind bestimmt... Ja, ja. Auf da. auf der anderen Seite. Hätte ich doch gedacht. So, dann nochmal auf die andere Seite. Oh, oh, oh. Ah, und die sind die anderen zwei, genau. Ich hab die andere gerade nicht gesehen, deswegen. Und wir haben alle. Nein. Warum wir nicht? Okay, wir haben es trotzdem noch geschafft. Gut. Okay. Nein, 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 nein. Sprüng ab. Okay. Hier. Oh. Okay. Wir haben einen Fortschritt. Okay. Oh. Wir gehen jetzt in deiner Höhle. Oh. Okay. Aufpassen. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Ja, da hinten ist er unter uns. Sehr gut. Oh, 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 oh. Nein, nicht schon wieder die. Mit dem Stein. Okay. Einfach mal an dem Treffen. Nein! Ich bin der Gegenüber. Oh, Mann. So. Noch einer. Kann ich hier abgürzen? Nee, mach ich lieber nicht. Mach ich lieber nicht. So, so bin ich auch nicht. Was? Mein Controller hat sich aufgesehen gerade abgemeldet. Das passiert manchmal. Oh. Doch so viele? Mein Gott. Boah, noch mehr? Oh, oh, nein, nein. Nach rechts. Okay. Jetzt nach links. Oh, nein, 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 nein. Ich kann da oben drauf landen. Okay, die Punkte weisen mir den Weg. Oh. Und die anderen Felsen da. Die Tickies. Oh. Oh. Ja, da hinten ist das Ende. Nein, er trifft mich nicht. Oh, da hast du viel, da hast du viel, oh mein Gott. Ja, so Freunde und wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar und auf den Kanal. Tschüss, tschüss, tschüss.